Oh, mein Kopf. Mann, war das ein Tag. So, ich muss die nächste Fracht abgeben. Ich weiß gar nicht, ob wir in time sind, ob wir nicht in time sind. Ich habe keinen Plan. Wir müssen aber mal kurz hier schauen. 44 Euro Schwerkraft. Ich habe jetzt leider keinen Ersatz dabei. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein sehr riesiges Problem. Ich checke mal ganz kurz alles ab. Sauerstoff wird auf jeden Fall sehr knapp. Anzug ist nicht so wichtig. Außer wir crashen noch mal irgendwo gegen. Warte mal, hier haben wir auch noch Kram. Jetzt müssen wir hier was austauschen. Gut. Ich hätte wahrscheinlich noch was kaufen sollen. Dass mein Verhängnis wird, ich weiß es nicht. Also, wir müssen jetzt hin nach Angebro. und losen mal hier los mit der Glaslieferung. Das ist ja nicht mehr so weit weg. Oh, ich muss von da rechts, ne? Oh, 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 oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Keinen crash bauen. Nein. Sieht gut aus. Das wäre jetzt, ähm, fast in die Hose gegangen. Gut. Ah, ne, da sehen wir nicht so gut. Ich glaube, wir sollten hier drin bleiben. Oh, warte mal, das ist ja wieder... Ich mache hier mal so eine kleine Drehung. Aber ich habe immer noch keine Werkstatt gesehen, ne? Das läuft doch ganz gut. Weg zum crashen. Wunderbar. Dann, ran da. Komm schon. Le-Portal. Oder Wurmloch. Was ist da? So, okay. Ich bin doch ein bisschen näher. Gut. Ich würde sagen, da solltest du passen, oder? Wartet jemand hinter uns? Nö. Ah doch. Kommt jetzt jemand. Aha. Let's go. Wunderbar. Hey, Ace. Sieht sich, wie du es nach Edgberg hast. Nicht einer meiner Lieblingssektoren. Aber es ist die Reise. Und nicht die Destination. Right? Das ist alles, was du für dich hohen kannst. Right? Wir sollen ein bisschen langsam. Nicht, dass wir hier... Wenn du die Zolle hochst, mach es ruhig und langsam. Ich will nichts zuerst brechen. Ich will nichts zuerst. Wir können doch einfach rüberfliegen, oder? Hier oben drüber. Oh. Ich würde sagen, fliegen wir drüber? Oh, komm. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Der ist verdächtig nah, der Kollege. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht, dass wir dagegen knallen. Das sieht aber gut aus. Jetzt hier langfliegen und so? Nee. Wir fliegen einfach drüber. Da müssen wir nur auf die Asteroiden aufpassen. Das wäre sonst nicht so cool. So, jetzt kein Quatsch machen. Wir sind fast da. Ich hätte doch den Weg nehmen sollen, oder? Ja, komm, wir schaffen das schon irgendwie. Sieht doch soweit ganz gut aus. Oh, 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 aufpassen, Kollege. Äh, 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 rammt mich bloß nicht. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Bisschen wir rückwärts machen, ne? Super. Ah, bloß nix rammen. Das ist doch ein bisschen blöd. Oh, 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 oh. nein, 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 nein ... Ist das so klar? Das ist nicht. Nein, bitte. Ah, 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 bitte, bitte nicht. Oh, was tue ich da? Ich hätte echt nicht durchfahren können. Obwohl, von der Länge her vielleicht schon, ne? Mach hier irgendwie so einen komischen Freestyle. Okay, soweit. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich habe Angst. Okay, ich komme noch ein bisschen safe lieber. Komm, gleich haben wir es. Schon. Oh ja. Weg damit. Was? Fahrlässiges Fliegen? Hä? Ich habe da gar nichts gehabt. Hä? Warum? Das sind 300 Dollar. Uh. Gut, wir haben 1300. Äh, der Tank. Das war gerade mal der Tank, ne? Den haben wir jetzt wiederbekommen. Ja, super. Wir machen keinen Plus. Man kann das wie von frühe Lieferungen, nö, haben wir nicht. Gut. Habe Erfahrung. Auf dem Level. Danke für den Wunsch. Ich habe dir einen. Eh, vielleicht zwei, denn diese frühe Arbeit können sehr schwer auf den Nerven sein. Ich kann es euch für euch machen. Nächste Zeit, wenn du in Emerald Junction bist, ich gebe dir einige Tipps, um das Rega-Juhr zu spüren. Ja, Sauerstoff ist was mehr. Was ist der Kram? Dahinten? Wir nehmen Medusa 6. Warte mal. Äh, Karte-Eier, genau, die ist hier. Soft. Aber gibt es hier nicht irgendwo... ...ein Shop? Vielleicht da hinten. Okay, Medusa 6 vielleicht, keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Geld wieder gemacht, aber... Na super. Ja, nein. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich muss unbedingt meinen Truck irgendwie reparieren. Ist irgendwas kaputt? Warte mal. Ja, natürlich. Sauerstoff, ja. Gut. Oh nein. Ach, was soll ich machen, Leute? Wie können wir den jetzt austauschen? Ich gehe hoffentlich nicht drauf, oder? Oh nein. Ist noch ein bisschen was drin. Ich brauche halt auch den Anzug, ne? Ah, jetzt ist wieder alles... ...unordentlich. So. Nein. Das war schon... Hallo. So. Weg mit dem Kram. Ist komplett leer, ne? Will ich nochmal auffüllen? Oh. Ja, haben wir wieder einen Crash gebaut? Wer hätte es gedacht? So muss ja eine Folge anfangen. Toll. Ich baue nur Crashs. Ich brauche unbedingt so einen Shop. Wir brauchen Energie. Klar, wie im Sauerstoff. Aber wir haben jetzt bald auch kein... ...Dingens mehr, ne? Wie nennt es das nochmal? Die Schwerkraft. Und wir brauchen unbedingt... ...die Werkstatt. Was war da hinten? Ja, läuft. Das war's, ne? Drei Dinger. Es sieht nicht mehr gut aus, Leute. Was soll ich euch sagen? Sieht echt nicht mehr gut aus. Ah, nur wegen so einer kleinen... ...Kante, die ich übersehen hab. So. Hm. Anzug. Gravitation, ja. Dann haben wir aber hier noch Kerne. Oh, nein. Hä? Warte mal. Was war das hier? Ne. Sieht gut aus. Gut, weiter. Wir müssen unbedingt schnell zum Stopp. Okay. Ihn mal lieber so. Damit komme ich ein bisschen besser klar. Hauptsache, dass das nicht mit der Ladung passiert. Dann hätten wir ja echt wenig Geld bekommen. Oder sogar Minus. Wer weiß. Warte mal. Wir gehen lieber von unten. So. Da muss ich mich jetzt echt anstellen. Ernsthaft? Oh, 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 oh. Na gut. Wir müssen uns eingliedern. Kein so. Ich könnte mich auch einfach vordringeln, ne. Aber... Das ist ein bisschen zu kritisch. Ich habe schon genug Schaden genommen, ja. Dann sind wir mal ganz brav. Und folgen einfach. So lange dauert es ja auch nicht. ... ... ... ... ... ... dachte schon der fliege einfach durch ich bin anscheinend der letzte so ein Schopf willkommen zu Medusa 6 das ist eine automatische Checkpointinspektion bitte vorsichtig, während die Sicherheitsdronen für die Komplikation danke für eure Zeit Sie sind klar, um zu gehen Sie haben einen selben Tag da ist hier wird man sogar kontrolliert noch einen Shop ich brauche unbedingt einen Shop, Leute sieht nicht gut aus also hier gibt es anscheinend einen Security Shack wir haben hier auch keine Karte, ne? ist das nur am besten so ein Durchgang, aber hier ich brauche einen Shop wir müssen da hinten lang wir müssen da hinten lang ich sag mal das Geschäftszentrum fliegen wir da hin vielleicht kommt dann ja da ein Symbol wir brauchen unbedingt Energiekerne und ich weiß nicht wie teuer die sind ich bin bestimmt auch noch pleite, oder? ja tanken tanken sieht gut aus so und medusa 6 bitte sei ein aber starbreak supplies cash and carry schauen wir erst mal ich weiß es nicht was jetzt besser für mich wäre also was welche waren gibt oder so noch ein stück dahin da müssen wir noch umschauen gut dann hoffe ich dass wir hier kerne bekommen mind truck oh ja energiezellen für die dinger verkaufen so tatsächlich mit arbeitskleidung ich weiß nicht brauchen wir den kram wir brauchen auf jeden Fall die hier so ein tank haben wir was ist das hier schmerzmittel und die depressiva anbauset haben wir da ne ach die leeren kann man auch verkaufen ist noch ein bisschen saft drauf kaufen wir trotzdem mal warte mal ich dachte ich kann noch mal was kaufen kann ich noch was einkaufen ok also die haben ziemlich viel vielleicht mache ich mal hier so ein ding so einen kleinen tausch und warte mal kann ich hier noch mal kaufen ah ja gut mehr kerne gibt es nicht ist das die feuerwerke container brauche ich jetzt nicht schade aber was ist mit dem alten kram hier was mit der kleidung ich verkaufe mal eine weil was ist das hier handwerksbedarf ich weiß nicht ist das wichtig was soll's dann gehen wir nochmal in den anderen laden rein ein kern nur anzug das nein das ist nicht gut ein kern nur kaufen was machen wir wenn die leer sind gerne können wir nicht alle tanke auffüllen laufen wir mal dass der schwapp hier ich hätte in den ganzen anderen shops auch kaufen sollen wäre ich ausgerichtet ich glaube ja ne müsste sich ja dann gleich öffnen oder ja gut ganz ruhig brauner gut also sagt wird hier habt auch ein kern energiezelle natürlich was interessiert limonade ich bin mir ein bier gönnen was haben wir hier fertige mahlzeit ich weiß nicht bringt das was wenn wir das essen datenband ziemlich teuer pappkarton ja super was bringt der anbauset wir haben alles da das ist ganz wichtig aber das war dann kaufen wir mal ein gut was ich sehe ist keine hunger leisten aber wir werden trotzdem mal oh fertige mahlzeiten können wir die auch aufmachen und essen nö ne was habe ich das denn geholt keine ahnung alkohol oh nein auch noch ein ausrufezeichen was eine gute idee war ich kann es jetzt trinken oder so soll ich sie wieder lieber verkaufen nein ich meinte der anzug hat ja noch saft drauf warte mal urk von den dingern habe ich hier glaube ich noch welche ja was tun wir jetzt warte mal von denen haben wir auf jeden fall welche da luftfilter hier ist auf jeden fall zeugs drin hier passt da noch was rein warte mal die können wir nicht reinmachen oder ach doch ja besser ah so ein karton ach der geht auch gut aber ob es jetzt so sinn macht glaube ich nicht der hat ziemlich viel schade genommen als putzmittel ja das bisschen bessern ist unser kam auf etwas safe trotzdem ey wir können kaum energieferne kaufen das ist nicht gut warte warte ich will noch mal ganz kurz schauen dass wir doch noch irgendwas kaufen können aber wir haben jetzt bald noch den nächsten stopp oder können wir bestimmt noch mal einmal einkaufen oder schade schade eventuell irgendwas was ist das die wertvolle ladung schalte aufträger wertvolle ladung wird da nur für aufträger schalte aufträger schalte aufträger frei ich denke ganz gerne was dass wir weniger tank verbrauchen oder irgendwas wertvolle ladung schalte aufträger schalte aufträger schalte aufträger ja wir nehmen uns mal das erstmal alles klar unser truck sieht halt nicht gut aus ne facht aufträger warte mal wir müssen ja so oder so nach emerald junction können wir dann nicht hier einen auftrag für dort annehmen falls es einen gibt weil dann haben wir ja zwei fliegen mit einer klappe oder wo war denn das mit den aufträgen hier dort das würde sich dann ja lohnen ist richtig ja gut dann einmal rückwärtsgang das trotzdem gehen stimmt oder ich denke mal ja komm gönnt mir das geht nicht nö anscheinlich ich halt komm hey ich geh doch mehr ran ist irgendwas kaputt ach ist es der ernst gerade gut ich dachte es wäre möglich aber nein dann halt so oh 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 warum schauen geht doch so kommt jetzt was für emerald junction steht das noch mal wo man hin muss ich glaube nicht nur nächsten können wir auf die karte schauen nena toll every crop sind das haben wir schon wie blöd kann ich hier noch mal da annehmen wenn ich jetzt ich du siehst ich warte wo ist das hier Ja, nee. Aber da haben wir gar nichts, ne? Oder irgendwo wo ein Zwischenstopp ist. Dass wir da durch müssen. Nee. Ach, schade. Gut, ich würde sagen, das war es mit dieser Folge. Werten und kommentieren nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge wieder.